Ich möchte Ihnen hier die Möglichkeiten zeigen, wie Sie in DEFA Studio HD3 Aufnahmen laden können. Nachdem ich ein Projekt angelegt habe, sehe ich hier bereits schon einen einsamen springenden Ordner, der mir symbolisiert, hier kann ich Aufnahmen in mein Projekt hinzufügen. Wenn ich diesen Button anselektiere, öffnet sich automatisch das zuletzt verwendete Verzeichnis. In meinem Fall ist das hier auf dem lokalen Datenträger meine Aufnahmen, dort der Ordner stirbt langsam und hier meine Aufnahme. Ich klicke diese an und Studio HD stellt automatisch fest, es besteht aus mehreren Einzeldateien. Es fragt nach, ob es diese Dateien zusammenfassen soll und nach einem Klick auf Ja werden diese automatisch auch in einem einzelnen Eintrag geladen. Sie sehen hier 10,7 GB. Es ist eine HD-Aufnahme und sie besteht aus acht einzelnen Dateien. Es gibt aber auch die Möglichkeit, direkt über den Dateiexplorer zu gehen. Das heißt, ich wähle hier in dem Moment meinen ganz normalen Dateiexplorer an, gehe auf meinen Computer, meine Festplatte, meine Aufnahmen. Auch hier den Film stirbt langsam. Ich ziehe diesmal hier den gesamten Ordner einfach in die Aufnahme hinüber. Das Programm fragt nach, ob es diese Aufnahme zusammenfassen soll. Mit einem Klick auf Ja wird auch der Film genauso wieder geladen. Ich kann auch hierher gehen und kann einzelne Dateien laden. Es muss nicht immer die Gesamtaufnahme sein. Angenommen, Sie haben eine Aufnahme über drei Stunden gemacht, über mehrere Sendungen, damit Sie nicht immer neu einschalten müssen und möchten aber jetzt einen Teil dieser Aufnahme nur in Studio HD 3 laden. Das heißt, ich stelle mir hier entsprechend erstmal die Anzeige um auf alle Dateien. Dann sehe ich meine ganzen einzelnen Dateien und angenommen, meine Aufnahme, die mich interessiert, ist die vierte bis fünfte. Ich selektiere die ganz normal mit der Maus und klicke ich auf Öffnen. Wird auch nur gefragt, ob die Aufnahmen wieder zusammengefasst werden sollen. Ich klicke auf Ja und in diesem Fall werden nur diese zwei Dateien geladen. Sie sehen auch schon, dass dann hier das Gesamtvolumen anstelle dieser 10 GB plötzlich nur noch 3 GB ist. Genauso kann ich hier eine so geladene Aufnahme auch auftrennen. Das heißt, ich möchte jetzt diese Aufnahme zerlegen lassen in die ehemals einzelnen Teildateien. Ich klicke sie an und sofort verschwindet die gemeinschaftliche Aufnahme und es entstehen zwei Einzelaufnahmen, die jeweils immer nur einen Teil der Gesamtaufnahme beinhalten. Sie sehen es auch schon, wenn ich hier anselektiere. Es sind in dem Fall nur 15 Minuten. Würde ich diese Dateien auch wiederum zusammenfassen, ich selektiere sie einfach an und klicke hier auf dieses Puzzle-Symbol, ausgewählte Aufnahmen zusammenfassen. Sie verschwinden. Es sind wieder zwei Dateien und es ist die Gesamtaufnahme. Klicke ich die Aufnahme an, gehe in meine Zeitleiste. Sehen Sie auch, es sind 35 Minuten. Auf diese Art und Weise können Sie Einzeldateien, Dateien aufteilen, Dateien wieder zusammenfassen oder auch im Prinzip Gesamtaufnahmen einfach und komfortabel laden lassen.